Willkommen zur letzten Champions League Partie. Ich mache es kurz und knapp. Bisher läuft es miserabel, von daher verzeiht mir bitte meine schlechte Laune. Monaco zu Hause gegen Dortmund. Alle anderen Spiele konntet ihr ja bereits letzte Woche, beziehungsweise gestern eben, das Rückspiel von Real gegen Bayern erleben. Genau. So, Champions League ist bei uns entschieden. Ich guck mal, ob ich überhaupt nochmal gewinnen kann oder so. Keine Ahnung. Ob FIFA mitspielt, ob das jetzt ein bisschen besser wird, schieß mal rauf. Naja, immerhin hat er das gemacht. Schieß mal rauf. Ihr schreibt es in die Kommentare. Glaubt ihr, dass mir hier mal was vergönnt ist? Ein F davor und dann das Ergebnis. Mal abwarten, wer jetzt noch auf mich setzt. Und ein R davor für das reale Ergebnis, da bin ich natürlich auch gespannt. Ach, was passt du denn da hin? Ich hab's mal mit dem Kopf versucht. Das war schön gemacht. Oh Gott, nein. Das war ja mal der schönste Spielzug überhaupt von mir. Oh ja, das stimmt. Ja, hier ist ja noch Spannung pur. Monaco hat das Hinspiel ja 2-1 gewonnen. Aber muss von Dortmund ein bisschen was kommen. Sag mal, was macht ihr da? Oh, der ging aber sehr weit. Ja, der war aber tatsächlich so gewollt. Ah, jetzt hast du wieder den Ball. Das ist kacke. Ich dachte, du spielst früher. Was du mal alles denkst. Was ist jetzt? Freistoß. Für dich? Elfmeter, hallo? Oh. Ja, ganz stark. Bitteschön. Hallo, Dortmund. Dortmund. Wieso kommt bei dir eigentlich der Torwart immer raus? Also das wundert mich immer. Bei mir bleibt er ja jedes Mal hinten stehen. Ja, du, da mach ich... Drückst du Torwart raus, dass er rauskommen soll? Ja, sicher. Okay. Muss ich auch mal versuchen. 1-1. Ah, ja, ja. 1-1. Dem Belehm mit dem Treffer. So. Stand jetzt wäre Monaco, glaube ich, immer noch durch, ne? Ja. Weil sie 2 Auswärtstore hatten und, ja gut, du müsstest sowieso gewinnen. Ja, du, dann lässt sich einrichten. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen hab ich mich auch nicht so doll über die Führung gefreut, bis auf die schöne Kombination. Das war mal gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Der Schiedsrichter darf auch mal ne Karte geben. Ja, macht er jetzt. Wow. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Irgendwann mit Aristokratis oder sowas. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. So, Kratis ist gelb. Oh. So, halbe Stunde ist gleich um. Okay. Boah. Uiuiuiuiuiuiui. Da war da, brennte aber die Lunte. Ja. Und wieder war Kagawa dazwischen. Es läuft. Schön gemacht. Schön gemacht. Alter. Oh. Oh. Traum. Traumtor. Oh, das hab ich mir doch mal verdient. Das war's. Da kann ich mich ja sogar mal freuen. Das war's heute einfach schön. Das erste war mal wieder so wie immer. Aber dat war... Das war gut. Schön aufgepasst, gestört und dann... Wow. Ja, Latte und dann... Gut. Ja, war gut. 2-1-2-Nako. Wow, da freu ich mich mal. Hey. Wow. Und das in der Champions League. Zwei Tore. Und dann auch noch das erste schön herausgespielt und das zweite gut abgeschlossen. Heiliger Mist. Komm weiter, weiter. Zieh, zieh, zieh. Lass dich doch da nicht aufhalten. Komm weiter. Oh, den hättest du noch kriegen können. Oh, da ist er aber da oben auf jetzt. Hier, Stimmungstisch. Tech, 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 technisch. Technisch. Ich will nur nicht, dass du ausgleist. Oh, du, du hast doch eine ganze Halbzeit vor der Nase. Deswegen will ich den Ball ja haben. Ah, das war schön. Hallo, ich will einen anderen Spieler haben. Komm, wir laufen. Wir laufen, wir laufen. Und rüber. Und spielen. Jetzt müssen wir zurück. Alle zurück. Ah, da ist keiner. Zurück und auffressen. Komm. Hast du Hunger? Auf Punkte, ja. Oh, der Vertraub passt die Linie entlang. Boah, schade. Ja, ein bisschen knapp. Jetzt müssen wir wieder... Schön stehen, schön stehen, schön stehen. Ja. Stark gehalten. Okay, es gibt auch eine Ecke. Raus da, raus da. Was denn? Immer faul. Das ist immer komisch. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ist der behindert? Ich habe gar nichts gemacht. Fünfmal hast du gefoult. Fünfmal? Hm, stand gerade da. Fünfmal, ja. 5 zu 0. Ich habe mehr Ballbesitz. Mehr... Tore. Schüsse aufs Tor hast du sogar mehr. Schussgenauigkeit bist du besser. Passgenauigkeit ich. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, Dortmund, da muss was kommen. Wenn die ins Halbfinale wollen, dann muss da was kommen. Oho. Oho. Ja, 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 ja. Er war zungenau. Leider, leider. Abseits, abseits. Du brauchst gar nicht laufen lassen. Ich habe den Ball schon. Ich habe den Ball schon. Ja, gut aufgepasst. Jetzt. Genau. Oh, Falcao ist sehr schnell. Oh. Oh, das kann mal passieren. Will ich jetzt nicht rummeckern. Es kann. Darf aber nicht. Ja, aber... Was in den letzten Champions League Partien passiert ist, das war um, äh, ja. Das hat das um Weiten getoppt. Oder um Längen, glaube ich, ne? Oh, Traumpass. Ja, habe ich geschossen. Ja. Das war Schuss? Naja, ich hatte dich, glaube ich, von hinten so ein bisschen angerempelt und du bist dann mit deinem Fuß. Ja, ja. Also Schuss war es jetzt nicht wirklich. Komm, jetzt komm. Ja, du willst ihn noch kriegen, ne? Ja. War nicht schlecht. Komm, den hast du, den hast du, den hast du. Genau. Genau. Warte, was sagst du denn hier genau? Du hast ihn gar nicht. Ja. Okay, was kriegt's. Haben wir ihn doch. Ja. Ja. War in Ordnung. Weiter, weiter. Ja, wir müssen auch ein bisschen aggressiver werden. Finde ich gut. Kann ich auch. Ah, ja. So, hallo. Pi. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Es gibt Wecke. Was ist denn jetzt schon wieder? Was pfeift er denn da immer? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Ich finde es Quatsch, dass er pfeift. Boah. Aber wie elegant deiner das noch hinbekommen hat. Also, bei mir hätte er bestimmt ein Eigentor erzielt. Auch aus der Position. Drin! 2-2! Oh, nee. Mit Pfosten. Drin, drin, drin. 2-2! So, ich glaube, ein Tor braucht Dortmund noch, ne? Er wäre Dortmund weiter, ja. Okay. Liebe Dortmund-Fans, ich gebe ihr alles, bis ich sterbe. Ich habe zwar schon mit den Nacken verrenkt, aber das ist mir egal. Dembele und Omomeyang mit den Treffern. 2-2. Du kannst echt keine Führung halten heute, ne? Oh, äh, pff. Heute geht gar nichts. Oh, Götze! Traumhaft aufgepasst! Oh, Schiri! Schiri! Schöne Aktion. So, jetzt. Ah, Schmelzer hat gut aufgepasst. Das war aber auch viel zu wenig wieder von... meinem Spieler. Wo rennt denn der hin? Sag mal, wo rennt der hin? Das ist Arbeitsverweigerung. Rot, Gelb, Sex. Sitze bleiben. Klatsch noch wiederholen. Boah! Ja, gib Gelb. Ja, zu Recht. Ja, mindestens. Ja, mindestens Gelb. Wir werden es ja jetzt sehen. Es blökt auf. Gelb. Oh, Blöki. Hey, der ging nochmal aufs Tor. Ja. So, aber hier. Dortmund rennt. Oh, Aubameyang. Das war kacke. Oh, der hat schon Gelb. Und Schüss. Jetzt muss er fliegen. Er hat schon Gelb. Auf Wiedersehen. Lass, wenn da geht. Die erste rote Karte generell in der Champions League Viertelfinals und Europa League Viertelfinals. Ne, gar nicht wahr. Nee, ich hatte eine. Du hattest auch schon eine. Du hattest eine glattrote. Ja. Du bist hier der böse Bub. Dembélé ist tot. Er hat keine Kraft mehr. Oh, das war aber gedankenschnell von Götze. Richtig gedankenschnell. Ja. Ach. So was hat mich auch ganz selten. Hm. Das stimmt. Wenn haben wir noch. Wenn haben wir noch. Wenn wir nochmal frische Kräfte nach vorne bringen. Ja. In den letzten Minuten. Sieben Minuten plus Nachspielzeit bleiben noch. Dortmund fehlt ein einziges Törchen. Was macht der nicht? Genau. Das war stark. Ja. Oh, Bürki. Mann, die Ecken. Selbst die Ecken klappen nicht mehr. Jede Ecke wird hier vom Keeper gehalten. Warte. Warte. Okay. Okay. Alter, da gewinnt er noch. Da gewinnt er noch. Das hab ich mir doch verdient. Die kack Latte, die scheiß verkackte Latte. Das hab ich mir verdient. Endlich mal. Der Dortmund hat alles gegeben. Ja. Gut, weg. Weg. Jetzt pfeift er ab. So knapp, ich hätte noch 3-3 haben können. Aber egal. Das letzte Spiel gewinne ich hier noch. Egal. So. Meine Güte. Also morgen gibt es noch Europa League. Da ist es ja noch nicht entschieden. Da führe ich mit drei Punkten. Verpasst das nicht. Schaltet dann wieder ein. Bis morgen. Boom. 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 Vielen Dank.